Hallihallo und herzlich willkommen zu AWFNR 441 mit Elias M. Barik. Mein guter alter Freund Elias ist ans Telefon gegangen und ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen über seinen neuen Film gesprochen haben, Liebesdings, ab 7.7. im Kino. Und außerdem haben wir auch noch verschiedene andere Thematik. Also es ist eine lustige, Elias ist einfach sehr lustig. Und ich habe gerne mit ihm telefoniert. Und jetzt könnt ihr uns dabei zuhören. Bei AWFNR Nr. 441. Paul 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 gut an dir. Mit vollem Namen ansprechen. Das passiert mir sehr oft in letzter Zeit, dass Leute meinen ganzen Namen sagen. Und ich verstehe es nicht so richtig, weil ich stelle mich als Paul vor und dann wird aber mein ganzer Name oft gesagt. Das hat sich verändert in den letzten fünf Jahren. Wie ist das bei dir? Das ist, weil du so eine Brand geworden bist. Weißt du, die Leute, die nehmen sich jetzt einfach nur noch so vollständig wahr. Du bist einfach Paul Rübke. Will Paul Rübke noch ein Wasser trinken. Ja, stimmt. Wo bist du gerade? Wo bist du? Die Eingangsfrage des Podcasts. Wo bist du gerade? In Süddeutschland bin ich. In Mannheim bin ich gerade. Aber ich will vor allem wissen, wo du bist. Du bist in Berlin, oder? In West-Berlin. Downtown Berlin. Genau. In West-Berlin. Was machst du da? Kinotour. Also Pressetour und so. Wir machen jetzt, unser neuer Film kommt ja raus. Liebes Dings. Und genau. Und da machen wir jetzt gerade so ein bisschen, rühren wir die Werbetrommel. Aber also mit Heli und so? Es war ja auch lange kein Kino mehr. Nee, wir müssen das sparen. Weißt du, der Kinobranche geht es ja nicht mehr so gut wegen dieser Krankheit, die so umging. Aber du, nee, also uns geht es gut, aber es ist trotzdem, es ist tatsächlich so, dass ich zum ersten Mal, also für mich ist der erste Kinostart seit, seit vor der Pandemie tatsächlich. Und es ist schon so, ich bin jetzt gespannt, ob die Leute das Kino schon vergessen haben oder ob die Leute noch nach wie vor Lust haben auf Filme im Kino. Das ist interessant. Aber hilf mir einmal kurz, wann habt ihr den Film gedreht? Du bist da einer der Hauptdarsteller? Es geht um was genau? Also es ist eine Liebeskomödie? Ja, es ist eine, ich würde es fast sogar, ja, doch, ja, es ist eine Komödie, es geht um einen Schauspieler, der, also es geht um einen Superstar, der sich wegen einem Presseskandal in einem feministischen Off-Theater versteckt, vor der Presse. Also um dich, es ist autobiografisch. Genau, ich spiele, nein, naja, wir reden von einem Superstar, wir reden von einem Superstar. Und dieser Superstar lernt dadurch die andere Seite des Lebens kennen, würde ich sagen. Und vielleicht, vielleicht trifft er da auch noch seine große Liebe her. Aber es ist sehr witzig. Und es ist vor allem so ein bisschen quer auch, also es hat, es behandelt auch so LBGQT Plus Themen. Ja, sehr gut. Ja, es ist ein sehr, sehr schöner, witziger, auch romantischer und ich finde es sehr moderner Film geworden. Wer macht den? Annika Decker, Annika Decker, gute Freundin von mir. Großartige Drehbuchautorin. Kennst du, glaube ich, auch, oder? Na, ich habe sie mal zwei, dreimal kurz, aber ich bin großer Fan von ihr. Genau, und die hat damals, also die hat damals Til Schweiger groß gemacht mit Keiner Hasen und Zweierküken und hat auch ganz viele andere tolle Filme gemacht und mittlerweile, also damals als Autorin, jetzt als Regisseurin auch und genau, das ist unser zweiter Film auch schon, den wir zusammen gemacht haben. Und wann habt ihr ihn gedreht? Also wie? Während der Pandemie tatsächlich. Wir haben während der Pandemie gedreht und das war auch, also auch gewöhnungsbedürftig, also wirklich alles mit, ich glaube, wir wurden jeden zweiten, jeden Tag getestet und es war ganz krass, man musste halt totale, weil es natürlich absurd ist, am Set zu stehen und man kann ja teilweise auch gar nicht irgendwelche Mindestabstände einhalten und so und es war schon echt eine Herausforderung für alle. Also wir waren froh, dass wir überhaupt drehen durften. Ich fand es super geil, also auch von Konstantin Film, von der Produktion, dass sie es möglich gemacht haben, weil es natürlich ein irrer Kostenfaktor ist, unter solchen Bedingungen zu drehen. Es war mega toll, aber eben auch anstrengend dadurch, weil man halt ganz viele Sachen beachten muss und es ist halt schwierig, es sind Interaktionen gerade als Schauspieler, da irgendwie diese Corona-Regeln einzuhalten, die eingehalten werden mussten. Dafür gab es dann wirklich irgendwelche Bestimmungen und es gab für alles immer eine neue Idee, wie wir das handhaben. War besonders. Also ich möchte es nicht unbedingt nochmal machen müssen, unter den Bedingungen zu drehen, aber ich bin froh, dass wir den Film in den Kasten bekommen haben und freue mich jetzt total, dass er endlich im Kino landet. Hast du ihn denn jetzt schon, also der kommt jetzt am 7. Juli raus, korrekt? In allen Kinos dann deutschlandweit. Hast du ihn schon einmal komplett gesehen? Ja klar. Also ist es überhaupt so, dass du von A bis Z alles einmal wo und wann? Also wann kriegst du den zum ersten Mal gesehen? Also erstmal lese ich das Drehbuch und dann weiß man so ungefähr, wo die Reise hingeht. Das ist keine Überraschung mehr, was das Ende ist. Nee, und dann gibt es immer so, ich habe tatsächlich, ich warte immer bis zum letzten Moment, weil manchmal hat man die Möglichkeit, den Film auch schon vorzusehen, aber ich bin immer ein Freund davon, den wirklich dann so in der Endfassung zu sehen, weil ich mir das gewisse dann einfach nicht vorstellen kann. Wenn dann die Musik irgendwo fehlt oder die Szene noch nicht richtig geschnitten ist oder so, dann gucke ich es mir immer gerne so fertig wie möglich an. Und klar, also ich muss ja wissen, was wir da am Schluss den Leuten zeigen. Und ich kann sagen, er ist Elias Mbarek approved. Ich habe ihm meinen Segen gegeben. Ich kann ihn weit empfehlen. Aber wo guckst du denn? Ich frage deswegen auch, weil ich letztens ein Airbnb gemietet habe in der Nähe, also hinter Palm Springs, die andere Seite vom Berg. Wunderschöner Ort, wunderschöner Ort, mega geil. Und das war ein Schauspieler auch, der, aber ein Altschauspieler, der so seit 20 Jahren nicht mehr so richtig, der aber, und das fand ich relativ abgefahren, im, anscheinend in der Oscar-Jury, also im Director's, ich weiß nicht, wie das dann heißt, die Leute, die entscheiden, wer einen Oscar kriegt, das sind ja relativ viele. Und da war der drin und der hatte das amtlichste Home-Kino, was ich je gesehen habe, im Untergeschoss mit so, und da waren alle Filme mit so einem, das war glaube ich der Nachfolger von der DVD oder sowas, da war quasi wie so ein Buch mit allen und zwar immer handschriftlich draufgeschrieben. Vorab hat der quasi die Filme gekriegt und hatte ein Dolby Surround-System, damit er das beurteilen kann, mit allen perfekten Sound-Elementen dazu auch noch und hat, also das fand ich sehr, sehr faszinierend. Macht aber natürlich Sinn, wenn der bewerten muss, Wien-Film, ja, wenn er zu Hause quasi einen Oscar kriegt und so weiter, über Filme, die noch nicht draußen sind teilweise, dann muss der ja zumindest so nah wie möglich ans Kinoerlebnis zu Hause ran und kann jetzt nicht am Rechner. Naja, weil dann war ja die Frage eher, was passiert, wenn er den Film dann nicht geil findet, was ist dann, wird er dann nicht gezeigt? Daumen hoch und runter. Von wem sprechen wir da? Weinstein heißt ja irgendwie, also irgendeine Ahnung. Ne, also so viel, so viel Mitspracherecht hat man dann an Schauspielern. Also so weit reicht die Macht dann doch nicht. Aber wird dir schon gut präsentiert oder kriegst du den einfach als Link? Ja, klar. Ne, ich gucke den meistens oder immer im Konstantin-Film-Kino. Wir haben in München hat die Konstantin-Film das Haupthaus und da haben wir ein Kino, also auch ein richtiges Kino. Geil. Und da gucke ich die Filme, weil die werden ja nicht rumgeschickt und so. Also mittlerweile oder heutzutage können die auch schnell dann irgendwie im Internet landen und so. Also man wird, die wird einfach einmal, einmal wird einem der Film gezeigt und dann hat man auch eine Idee davon, was man halt auch in Interviews erzählt und so, weil es passiert da öfter auch, dass Szenen rausfallen oder dass was gekürzt wird und man muss halt wissen, was am Schluss auf der Leinwand landet und nur darum geht's. Und guckst du ihn allein dann? Oder? Ja, ja, genau. Also ich bin dann eigentlich immer froh, wenn ich den alleine gucken kann, weil ich dann auch immer so ein bisschen Zeit danach brauche. Ich mag dann immer ganz gerne irgendwie erstmal nachdenken, den Film so auf mich wirken lassen und so. Wenn dann irgendwie fünf Leute dabei sind, dann will jeder danach wissen, wie fandest du es? Und jeder ist natürlich aufgeregt, bist du zufrieden mit dem Film, mit deiner Leistung und so weiter. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man seine Ruhe hat. Ja, voll. Also kann ich total nachvollziehen, weil ich es schon, also ich kann schon damit nicht umgehen, dass im Restaurant gefragt wird, hat's geschmeckt? Also nie im Leben könnte ich da ehrlich, also zehn Sekunden, nachdem ich den letzten Bissen gegessen habe, muss ich irgendwie reagieren und einschätzen und kann vor allem nicht je damit umgehen, jemandem zu sagen, ja, gibt noch ein bisschen Potenzial, das besser zu machen. Aber ich glaube, das wollen die auch gar nicht hören im Restaurant. Es geht da glaube ich eher darum, dass man dem Gast sozusagen Aufmerksamkeit schenkt und sozusagen zeigt, dass man an dem Feedback interessiert ist. Aber ich glaube nicht, wenn du sagst, es schmeckt dir nicht. Weil, doch, wäre ja eigentlich eine gute Frage, mein Koch. Ob man das ernst macht, das Feedback? Ich glaube schon. Also bei Paris schicken wir immer, ich schicke selbst immer Feedback-Mails raus, so random, über so einen random Filter. Da kann man sagen, jede 217. Bestellung kriegt dann so eine E-Mail von mir und wie es denn so war und was noch so Ideen sind. Und die lese ich mir wirklich alle immer auch persönlich durch und antworte auch manchmal. Und das ist tatsächlich interessant, was quasi, wie Leute, die es wirklich bekommen haben, und wir machen das auch erst acht Wochen, nachdem sie es geliefert bekommen haben. Weil halt manchmal Sachen anders eingehen, wenn sie anders gewaschen werden oder durchsichtig sind, wenn sie nass werden oder also so. Es gibt ja schon ein paar Sachen, die man dann erst, wenn sie wirklich benutzt werden, am Konsumenten herausfindet. Und das finde ich dann schon immer ganz interessant. Gleichzeitig ist es aber auch schwierig, also weißt du, wenn man alles machen würde, was Konsumenten wollen, dann würdest du jetzt Fuck You Goethe 17 und 18 drehen und ich würde Fußballfotos machen. Und also weißt du so, dann würde man ja immer wiederholen, was man davor schon erfolgreich gemacht hat. Und deswegen, man will sich ja auch verändern und man will ja auch neue Sachen machen. Und da muss man nicht immer drauf hören. Deswegen finde ich es voll geil, dass du allein dir das anschaust und allein das wahrnimmst und allein auch, weil da sind ja so viele Faktoren, die da reingehen in so einen Film. Also auch Schnitt, Regie, andere Schauspieler, Licht, vielleicht sieht es total scheiße aus, weil das Wetter scheiße war oder was auch immer und das beeinflusst ja dann so ein hochemotionales Produkt wie Film total und muss man ja auch erstmal durchatmen, wie es dann da ist. Aber der ist gut geworden. Der ist gut geworden. Was machst du, wenn es nicht so gut ist? Also da hast du ja auch, was macht man dann? Ja, da hat man Pech gehabt. Da muss man durch. Dann sagen wir so, dann macht die Pressearbeit nicht mehr so viel Spaß. Aber du willst es machen. Ich kann es ja nicht sagen, der Film ist scheiße. Nee, also genau. Ich bin immer froh, wenn ich mir selber mit dem Ergebnis zufrieden bin, weil es ist natürlich viel einfacher. Also dann kann man halt auch einfach, also man kann halt einfach viel besser von dem Film erzählen. Ich bin ein super schlechter Lügner. Das ist halt dann einfach, weißt du, das merkt man. Ich glaube, man kann es einfach, man kann dann einfach keine Zufriedenheit transportieren. Und im Grunde geht es ja darum. Also man möchte auch stolz drauf sein und man möchte den Leuten auch erzählen, dass man irgendwie den Film toll findet. Nee, und wie gesagt, ich bin jetzt echt gespannt, weil das ist jetzt wirklich, es war so lange jetzt, irgendwie es gab keine Filme mehr. Also es ging jetzt wieder los, dass die Kinos geöffnet haben und so. Aber von mir gab es das lange nicht mehr. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie das so angenommen wird. Und ich finde es echt toll. Also Annika hat da echt gute Arbeit gemacht und es sind tolle neue Leute dabei. Es sind echt auch ganz viele Kollegen von mir dabei, die man vorher vielleicht noch nicht so auf dem Zettel hatte. Unter anderem zum Beispiel auch Lucy Heinze, die die weibliche Hauptrolle spielt. Peri Baumeister ist dabei, die kennt man wahrscheinlich. Wir haben aber auch Leute dabei, die man vorher wirklich, wahrscheinlich sogar noch gar nicht auf der Leinwand gesehen hat. Das ist wirklich, wirklich toll. Und ich finde, alle haben da echt einen sehr tollen Job gemacht. Und man spürt so, dass wir da wirklich Spaß an der Arbeit hatten. Und dass Annika da auch echt ein tolles Buch geschrieben hat und wirklich tolle Regie geführt hat. Mit sehr, mit sehr, sehr feinfühligen und, und lustigen Momenten. In Liebesdings. Ich finde, bisher hat noch keiner die Frage gestellt, aber ich weiß bis heute nicht so wirklich, warum der Film Liebesdings heißt. Sag mal Elias, warum heißt denn der Film Liebesdings? Ich glaube, es gibt so eine Szene, da wird irgendwas von Liebesdings gefasst. Ich glaube, ich war sehr irritiert am Anfang, als ich hörte, der Film heißt Liebesdings. Was war ich mit dem Titel? Aber es ist so, es hat was Besonderes. Ich finde das sehr gut. Tatsächlich habe ich jetzt Bock, ins Kino zu gehen und habe auch Bock, mir den reinzuziehen, weil das Schöne ist ja, dass ich im Moment in Deutschland bin und ich zum Filmstart in ein deutsches Kino gehen kann, weil sonst konsumiere ich Filme von dir meist im Flugzeug. Wirklich? Weil da sind die immer am Start. Das ist ja deutsches Kino, ist bei Lufthansa wirklich immer am Start. Und da bin ich immer ganz stolz, dass ich dein Kumpel bin und will immer meinen Nachbarn sagen, dass wir echt gut befreundet sind. Den kenn ich, den kenn ich. Ich habe auch schon ein paar Amerikaner. I know this guy. He's the German George Clooney, sage ich dann immer. Das Geile ist ja, das interessiert dir alles überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die sagen, ja, danke. Das ist so null. Wenn ich irgendwo im Ausland bin, also weißt du, wenn mich dann so, wenn mich dann jemand fragt, was machst du beruflich, gerade so in den Staaten, und dann sagst du so Schauspieler, dann sehe ich immer schon so, in deren Augen sehe ich so diesen Blick, kennst du den, weißt du, wenn so alles so, es sieht einfach nach Mitleid aus. weil die denken, die denken dann immer so, ah ja, das ist geil, weißt du, so Schauspieler, weißt du, so wie der aussieht und so, ich weiß nicht, die denken sich hundertpro der Arme, weißt du, der ist bestimmt so Barkeeper und weißt du, träumst du seit 15 Jahren von der Karriere als Schauspieler und ist wahrscheinlich so Kompase oder so und also ich sehe es richtig und es ist dann aber auch so schwierig, weil ich, ich muss mich ja nicht rechtfertigen oder so, aber ich denke mir so, doch schon, in Amerika musst du schon dann sagen, also ich laufe im Kino, also es gibt Filme, es gibt Leute, die erkennen mich und dann sagen, ja, ja. Ja, aber auch das ist denen ja so völlig egal, weißt du, wenn du nicht in Hollywood stattfindest, dann findest du einfach eine Stadt, das existiert einfach überhaupt nicht für die, das ist so, du bist einfach nichts wert. Ich sehe es absolut vor mir, ja, 100 Prozent. Wie ist es eigentlich für dich so, wenn du zu Hause bei dir bist und dann erzählst du von deinem Job, was sagst du eigentlich? In Amerika oder in Deutschland? In Amerika. In Amerika sage ich, dass ich früher Fotograf war und das auch immer noch mache und dass ich sonst so Internetquatsch mache und dann finden die, aber ich, also ich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es natürlich schon immer Mittel und Wege, dass ich irgendwann mal droppe, hey, folg mir doch einfach auf Insta, so, da siehst du, was ich so tue und das gibt dann immer so eine Art Ritterschlag, wenn sie an Insta aufmachen und schauen, oh, der hat Follower, oh, der hat einen blauen Haken, der blaue Haken reicht ja schon aus, dass Leute mich ernster, nehmen beim Gespräch über so Internetquatsch, aber ja, und erzähle dann vom Podcast und erzähle dann von Klamotten und sage, dass ich sonst so drei, vier, in letzter Zeit versuche ich diese, diese Sponsoren-Chips, über die wir ja auch oft diskutieren, die ich, also ich weiß gar nicht, dafür gibt es ja kein Wort, für die Partner, mit denen ich so arbeite und da weiß ich nicht so richtig, wie ich das benennen soll, ob ich, ich versuche so ein bisschen, letztens habe ich versucht, das ja eigentlich wie ein Sportler, der so drei, vier Sponsoren hat, die ihn quasi ermöglichen, dass er, weiß ich, als Tennisspieler jetzt um die Welt fährt und dort Tennis spielt und die Tennisschläger bezahlt und so weiter und da ist es ja näher dran, als jetzt an klassischem Influenzen, weil es ja wirklich immer über ein ganzes Jahr ist und gar nicht, also so, ich mache ja immer nur über ein Jahr Kooperationsverträge und will auch langfristig da arbeiten und gar nicht einmal, hallo ich hier, also das habe ich ja probiert im Januar, ich weiß nicht, ob du mir da entfolgt bist, da habe ich echt auch oft mal testen wollen, wie das so funktioniert, wenn ich, keine Ahnung, Schuhe bewerbe und ein 20% Code, so richtig klassisches Influencing und jedes Mal, wenn ich dann gepostet habe, habe ich gesagt, hoffentlich sieht Elias das nicht und habe aber auch gemerkt, dass das bei mir gar nicht funktioniert, weil ich es nicht kann und gar nicht, weil, also so, ich bin das einfach nicht, ich bin niemand bei mir, niemand folgt mir und will einen Tipp für Schuhe, das ist einfach nicht ich, so, Punkt und deswegen sollte ich das auch nicht weitermachen, was aber schon ich bin, ist, dass American Express Platinum eine sensationelle Kreditkarte ist und man damit tolle Punkte sammeln kann und zum Reisen die Nummer eins ist, also, weißt du so, der war krass gerade, wow, wow, du bist einer, hast du jetzt, hast du Schuhe platziert, aber du musst jetzt aber auch Hashtag Werbung sagen. Weißt du, was lustig ist, ich habe heute eine Erinnerung gekriegt, dass wir genau vor einem Jahr schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen haben, auf den Tag, genau. Wirklich? Genau vor einem Jahr haben wir gesprochen und in dem Jahr hat sich bei mir ja schon echt einiges bewegt, also so, mein Leben hat sich sehr verändert im letzten Jahr, finde ich, also nehme ich es zumindest wahr und auch dein Leben hat sich ja verändert, also ich erinnere auch, dass du ja, dass es für dich ja auch nicht so leicht war, dass man jetzt nicht im gleichen Rhythmus der letzten sechs Jahre immer Film nach Film und also, dass so viel rauskam, weil so viel ja verlagert wurde und so viel unterschiedlich gemacht wird, ich kann dir aber übrigens, also wenn du jetzt, wahrscheinlich seid ihr ja alle ein bisschen nervös, ist das Kino noch aktuell? Funktioniert das noch? Gehen Leute überhaupt noch ins Kino, nachdem sie zwei Jahre nicht ins Kino gehen konnten? In Amerika sind wir ja so ein bisschen voran, also zeitlich einfach, was die Öffnung von Sachen, da war ja jetzt mit Top Gun, glaube ich, der erfolgreichste Filmstart aller Zeiten und mein ganzes Umfeld ist, alle sind ins Kino gegangen, also auch Leute, von denen ich nicht dachte, dass die je wieder ins Kino gehen, das Element ins Kino gehen und einen Film auf einer großen Leinwand als Happening gemeinsam zu erleben, das ist so aktuell wie nie, glaube ich, weil genau das ja einfach großartigen Spaß macht und ich mir sicher bin, dass Leute verstehen, dass sie natürlich anders berührt werden, wenn sie auf einer Leinwand mit einem guten Sound, auch mit Freunden, das wahrnehmen und konsumieren und dass das ein ganz anderer emotionaler Treibepunkt wird, als wenn du auf einem kleinen Display in vier Abschnitten auf dem Weg zur Arbeit irgendwie was anschaust, auf dem Handy, in der U-Bahn oder sowas und Top Gun gibt dem Ganzen ja recht, muss man sagen, oder? Das ist ja ultra erfolgreich gewesen. Ich habe das gar nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt, also ich wollte den auch sehen und ich wusste, dass das der erfolgreichste Filmstart ist, aber ja, also du hast es ja schon gesagt, also ich glaube tatsächlich, dass für Kino es einfach zeitlos und es ist, Filme sind einfach nicht dafür konzipiert, auf dem iPad gesehen zu werden, das ist eine Notlösung. Ich glaube, es wird sich schon einiges, es hat sich ein bisschen was geändert, glaube ich, also ich glaube, es wird nicht mehr so eine Masse an Filmen geben, weißt du, die letzten Jahre wurde einfach viel einfach in die Kinos gespült, was halt einfach wenig Zuschauer angelockt hat oder überhaupt nicht wirklich relevant war und ich glaube, die Tendenz wird eher dahin gehen, dass man sich halt einfach auf die Stoffe konzentriert, die halt dann auch irgendwie ein Publikum finden, aber die werden auch immer ihr Publikum finden und nee, ich spüre gar nicht so wirklich eine Nervosität, also ich bin jetzt auch nicht nervös. Ich freue mich einfach total, dass wir endlich wieder ins Kino gehen können, dass wieder Filme gezeigt werden. Ich freue mich, dass die Arbeit, die wir vollbracht haben, uns einfach endlich irgendwie hoffentlich einen Zuschauer finden kann. Aber ansonsten habe ich das eigentlich gar nicht so anders wahrgenommen, weil die letzten Jahre, ich habe ja eigentlich, ich drehe ja gar nicht so viel immer. Also es ist bei mir sowieso so, dass ich irgendwie immer gucke, also dass ich diesen Luxus habe, dass ich halt irgendwie auf Projekte warte oder auf Drehbücher warte, die mir dann wirklich Spaß machen oder wo ich wirklich, auf die ich halt wirklich Bock habe. Und die letzten Jahre habe ich eigentlich immer nur so einen Film pro Jahr gedreht, tatsächlich jetzt in der Pandemie sogar zwei. Also wir haben letztes Jahr habe ich Liebestings gedreht und noch einen Film mit Bulli, der auch noch jetzt im September ins Kino kommt. Also es hat sich für mich da gar nichts wie getan. Nur die Arbeitsbedingungen haben sich eben geändert durch die Pandemie, wie ich vorher schon besprochen habe. Aber ja, also wie gesagt, ich bin selber total großer Kinogänger und deswegen, ich finde es gut, dass es hoffentlich wieder läuft. Sag mal, wie werden, wie, ich frage mal eine Frage, wo du gern sagen kannst, halt deinen Maul, Paul. Halt deinen Maul, Paul. Wie? Nee, lass es doch einfach. Lass es doch einfach. Du bist ja Österreicher. Frag gerade, was man noch so. Ähm, nein. Die, ich hänge ja wieder in der Formel 1 ein bisschen rum. Und ich habe letztens in einem sehr intensiven Gespräch rausgefunden, dass es da sehr unterschiedliche Bezahlsysteme gibt. Also manche kriegen eine große Summe fürs Jahr. Manche kriegen wenig Geld und dann aber pro Punkt viel Geld. Also sprichst du Fahrern. Und also es gibt, ja, genau. Die Fahrer werden unterschiedlich bezahlt. Und also in meinem Fall war das ein Fahrer, der übermäßig erfolgreich ist dieses Jahr. Lewis Hamilton, ja? Nee, nee, eben nicht. Und der deswegen sehr viel, auch ein sehr erfolgreiches finanzielles Jahr hat, weil die Punkte einfach kommen, die vielleicht gar nicht so zu erwarten waren. und ist das als Schauspieler auch so? Also kriegt man eine pauschale Summe? Ist man irgendwie am finanziellen Erfolg des Films danach beteiligt? Also erstmal, ganz kurz, ich frage mich jetzt erstmal, wie kommst du drauf, die Frage einzuleiten mit, du bist doch Österreicher? Was hat das damit zu tun? Das habe ich nur, ich habe nach Fragen gesucht, weil du gesagt hast, Halt's Maul, die jeder dir stellt oder was man sonst irgendwie als allgemein ist. Ach so! Okay, jetzt verstehe ich. blitzt brisant. Ich wollte brisant Level, also weißt du, so Boulevard. Ja, ja, jetzt gebe ich es. Gut, Entschuldige, dass ich mich gebrochen habe. Also was war die Frage? Also ob das bei mir auch so ist? Kriegst du mehr Geld, wenn der Film erfolgreich wird? Nee, aber es ist so, dass du natürlich, du willst natürlich trotzdem, partizipierst du von Erfolg immer, weil, also ich kann es gar nicht, ich kann es gar nicht so allgemein sprechen, weil ich glaube, Verträge sind immer irgendwie anders, aber prinzipiell gilt natürlich das Erfolgsprinzip. Also je mehr Zuschauer dich sehen wollen oder je populärer du bist, desto mehr Gage kannst du natürlich verlangen. Es ist aber trotzdem immer eine Verhandlungssache. Also am Ende bestimmt der Studio, der Produzent, vielleicht auch der Sender, die entscheiden ja am Ende, wie viel du ihnen wert bist. Also im Grunde kann ja jeder aufrufen, was er möchte. Also wenn jeder Schauspieler kann ja verlangen, was er möchte, die Frage ist, ob es bezahlt wird. Und Erfolg rechtfertigt eine größere Forderung natürlich immer. Und ich kann es natürlich, also wenn ich das, in dem Projekt selbst. Bei dem Projekt, wie man, nee, also es ist, aber so, wenn ich zum Beispiel an meine Anfänge zurückdenke, ich habe ganz klein gestartet. Also ich habe früher wirklich Mini-Gagen bekommen und konnte natürlich auch nicht mehr verlangen. Und seit Fakio Goethe hat sich das halt geändert. Also Fakio Goethe war damals ja so, so immens erfolgreich, dass sich dadurch natürlich die Gagen geändert haben. und es ist aber dennoch so, also falls du auf die Frage oder ich interpretiere das jetzt einfach so, es ist trotzdem natürlich, ich verstehe die Diskussion darüber, dass es natürlich ein großes Ungleichgewicht gibt. Wenn man, also gerade, wenn es auch um Frauenpositionen geht, da haben wir schon noch echt einiges an Arbeit zu leisten, aber die ich nicht leisten kann, weil ich Schauspieler bin, ich bin nicht Produzent. aber es ist schon so, dass glaube ich, weibliche Regisseurinnen, weibliche Kolleginnen von mir tatsächlich schlechter bezahlt werden als Männer. Und das ist ja in den meisten Berufen so und das gilt in der Filmbranche leider auch so. Das war überhaupt nicht der Hintergrund meiner Fragen. Ach so, gut, ich habe es einfach mal auf den Tisch gebracht. Habe ich es einfach mal gedroppt hier. Mein Hintergrund war, ich wollte nur wissen, ob du ein Honorar bekommst oder ob du zum Beispiel 1,2 Prozent des Kinoertrags oder ob man irgendwie, kann ja sein, dass also wie Musiker manchmal an Ticketverkäufen dann bezahlt werden. Normalerweise bekommst du als Schauspieler eine Gage und bist froh, wenn der Film gut ist. Was machst du denn sonst so im Moment? Also du hängst in Berlin jetzt rum beziehungsweise andersrum. Das sind dann Pressetermine, aber auch eine echte Kino-Tour, weil also ich habe mal erlebt, ich war ja immer dabei bei einer Kino-Tour, da gibt es dann so eine Art Q&A davor. Also ihr geht auf die Bühne, seid ihr dann, sind alle vom Film dabei? Bist nur du da dabei? Oder ist das überhaupt? Kann man dann Fotos mit dir machen? Also was passiert da? Kann man dann Fotos mit dir machen? Ja, ich will es wissen. Deswegen, vielleicht komme ich da ja hin. Also klar, wir haben öfter Kino-Touren gemacht. Ich glaube, in dem Fall machen wir jetzt einfach Premieren-Touren. Ich glaube, wir sind jetzt in Berlin, Köln, Hamburg. Nee, in Hamburg sind wir gar nicht, da bin ich nur in der Talkshow. In Wien sind wir. Aber im Grunde, wir fahren in die Städte, ich gebe Interviews, wir zeigen den Film und dann ist auch gut. Du, und danach bin ich eigentlich froh, wenn ich wieder nichts tue. Ich mag es ja auch ganz gerne, einfach sich Auszeiten zu nehmen. Also ich arbeite gerne und bin dann ja auch ehrgeizig und so, aber ich habe echt fest, ich bin ja dieses Jahr auch 40 geworden, weißt du? Ja. Es ist so, Quatsch. Aber ich merke schon, dass es einfach gut geht, wenn man so ein bisschen entschleunigt immer. Also ich habe echt so ein neues Hobby, das nennt sich Meditation. Finde ich gut, versuche ich mal morgens und abends zu machen. Ich versuche wieder viel zu lesen, ich versuche zu kochen. Oder versuche ich nicht, ich mache es. Und ich merke richtig, wie gut es mir tut, dann auch immer wieder sich Zeiten zu nehmen, wo man sich einfach so um sich selber kümmert und einfach Dinge erlebt und auch diesen Luxus, den ich habe durch die Berufsentscheidung Schauspieler, die auch mit sehr viel Risiko einhergeht. Also für alle, die jetzt aufschreien und dann, ja, der faule Sack. Ich habe vor, ich habe die letzten Jahre sehr viel gearbeitet und freue mich jetzt einfach immer drauf, wenn ich dann einfach manchmal so nichts tue. Ich bin dann dort viel auf Ibiza, weißt du, und da genieße ich das einfach, irgendwie am Strand zu sitzen, ein Buch zu lesen und dann kommt das Wieso immer irgendwie Arbeit. Also dann kommt halt wieder irgendwie, dann muss man halt wieder so einen Film machen oder so. Nee, dann freue ich mich auch wieder, weißt du, auf neue Projekte und habe dann die Kraft und die Motivation und es gibt auch so ein paar andere Sachen. Ich darf leider, es ist so blöd, ich darf leider nicht drüber sprechen, aber es gibt echt so ein paar Dinge, die richtig spannend, glaube ich, werden in der nächsten Zeit. Und die kann ich dir dann in dem Podcast, den wir heute in einem Jahr machen, erzählen. Perfekt. Ich wollte sonst auch noch mal wissen, was der Körper macht. Wir waren ja Pumpen. Stimmt. Als ich das letzte Mal in München war, da warst du mein Fitness-Coach und ich pumpe auch die ganze Zeit. Ich fand es so faszinierend, dass du ja doch auch immer mal wieder nicht ganz in dem Pensum wie ich, also ich struggle ja schon dann mit Hoch-Runter-Gewicht bei mir, aber auch du hast ja auch darüber geredet, dass naja gut, ich habe jetzt zu viel gegessen, ich habe zu viel, ja vielleicht auch getrunken zwischendrin, ich muss jetzt mal wieder auf den Körper achten und so weiter und wieder in so einer ganz krassen Fitness-Phase warst und ganz sauber gegessen hast und so weiter. Und deswegen, also wo ist da der Stand gerade in dieser Sekunde? Ach, das ist voll gut eingepegelt, aber ich bin auf echt, ich bin auf guten Weg. Also ich habe voll abgenommen wieder. Okay. Ich musste zunehmen, auch für den Film mit Bulli, da habe ich echt, also wenn ich jetzt Fotos von da sehe, wow, da habe ich echt richtig, richtig zugelegt. Ist geil, also war gut für die Rolle, aber das muss, es hat Spaß gemacht, es alles so zuzunehmen, aber das muss jetzt alles wieder runter, weil ich einfach echt nicht mehr in meine Hosen gepasst habe und so. Und dann, und jetzt habe ich aber echt, ich habe mich tatsächlich schön, wenn man merkt so, wenn man irgendwie nicht trinkt und also nur Wasser trinkt und sich gesund ernährt und dann halt irgendwie ausgewogen Sport macht, dann ist das echt, also man fühlt sich halt, also ich genieße das gerade voll, man fühlt sich gut, man passt wieder in die Hosen. Momentan finde ich, habe ich echt so ein richtig schönes Gleichgewicht gefunden. Das fühle mich sehr, sehr wohl in meinem Körper. Mega. Also bei mir ist es auch so, dass ich so fit bin, wie eigentlich noch nie, also zumindest in den letzten 20 Jahren nicht und ich tatsächlich jeden Tag mich darüber freue und das einfach so einen unfassbaren Lebensplus, zumindest für mich hat, weil ich ja, das Einzige, worüber ich mich gar nicht gefreut habe, war dein Geburtstag tatsächlich, weil es einer der ersten Geburtstage von dir war, das war ja eigentlich unsere Tradition, dass wir deinen Geburtstag gemeinsam feiern und gerade den 40. habe ich verpasst. Das stimmt. Den hast du verpasst. Horror. Das ist leider, leider, leider sehr schade. Habe ich denn was verpasst? War es gut? Lief's? Wurdest du ausgiebig gefeiert? Ich wurde ausgiebig gefeiert, ja. Es war, es war, es war ein sehr, sehr turbulenter Tag. Also es gibt ja nächstes Jahr hoffentlich wieder einen neuen Geburtstag. Dann kommst du wieder. Das stimmt. Wir haben echt eigentlich die letzten, wie war das? Die letzten drei Jahre warst du, waren wir immer zusammen auf Ibiza, ne? Genau. Weil das immer nach Monaco auch war. Und ich dann immer danach zu dir gekommen bin und wir den Geburtstag gefeiert haben. Ja, das ist krass, was da abgeht gerade. Ja, auf Ibiza? Ja, ist Wahnsinn. Also es ist gerade echt, ich weiß nicht, also durch die Pandemie oder so, alle haben so Bock auf Urlaub und ich glaube, die ganzen Influencer und so, die haben mir einen Rest dazu gegeben. Das ist echt so, die Insel platzt. Also wenn du da hinfährst, es gibt einfach, es gibt keinen Platz mehr. Alle, gefühlt alle sind auf dieser Insel. Es ist wirklich, es ist krass. Also, ich bin gespannt, wie das so weitergeht, weil es gibt tatsächlich keine, keiner mehr. Ich von mehreren Leuten habe ich schon gehört, die Restaurants besitzen. Dadurch, dass so viele Leute da hinfahren, sind die Unterkünfte so teuer geworden und Kellner, die Saisonarbeiter sind, können sich die Unterkünfte nicht mehr leisten und insofern haben ganz viele Restaurants einfach Personalmangel und können teilweise nicht mehr mal öffnen. Es ist so krass, also es sind zu viele Leute auf der Insel, deswegen kann keiner mehr essen gehen. Das ist ein Champagnerproblem oder ein First World Problem eigentlich auf eine Art. aber gut, das muss sich wahrscheinlich einpendeln. Naja, es ist eben kein First World Problem, wenn sich Serviceangestellte keine Unterkünfte mehr leisten können, weil die Preise so hochgegangen sind, schon krass. Naja, sag einfach deinen ganzen Influencerfreunden, sie sollen aufhören, von Ibiza zu posten. Okay, es ist eh viel schöner auf Mallorca, oder? Eh super, man kann Golf spielen, alle rüber nach Mallorca. Mallorca hat ganz, ganz tolle Ecken. Ganz schön. Nicht nur Ballermann 6, hat auch ganz, ganz, ganz tolle, der Hamburger Berg ist super auf Mallorca, da gibt es ganz tolle Sachen. Also Mallorca ist viel, viel, auch viel einfacher zu fliegen. Ja, Ulrich, ja, man kann ganz sehr hinfahren, ist viel schönere Landschaft. Und es gibt keine Drogen. Insofern, Mietwagen, viel, viel einfacher. Alle nach Mallorca, bitte. super, clean da. Ja, wann kommst du immer wieder? Ich komme, ja, vielleicht komme ich, ich kann im Juli nochmal, am 20. Juli könnte ich dann nochmal eine Sekunde. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass ich ja wirklich eigentlich noch nie so einen intakten Freundeskreis kennengelernt habe wie dein. Also du bist wirklich für mich der absolute Garant an, deine Leute sind immer verlässlich. Und ob das Paco ist oder ob das verschiedene andere lustige Leute in deinem Umfeld sind, die sind dann immer so am Start und so real auch, um mal ein Hip-Hop-Wort zu sagen, dass ich mich immer gefragt habe, woher das kommt und warum das so ist, weil ich das so auch noch nie so erlebt habe, muss ich sagen, weil sonst ja viele andere Leute, die ich neu kennenlerne und wir kennen uns, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre oder sowas, ich meistens dann irgendwie, das Umfeld manchmal ist ein bisschen weird oder sowas. und bei dir war das aber nie so. Und ich habe dieses Jahr, und das möchte ich schon auch nochmal klar hier hervorheben, dass ich ja schon letztes Jahr so einen ziemlichen Nackenschlag erlebt habe für mich und ziemlich down war und glaube ich jetzt wahrscheinlich in meinem Leben noch nie so einen Knacks weggekriegt habe wie da. Einfach von mir selber, wo ich war, wo ich mich selbst gesehen habe. Es ist ja meist dann eine eigene Wahrnehmung, dass man irgendwie denkt, jetzt klappt einfach gar nichts mehr und jetzt ist alles komplett im Arsch und alles geht schief und nichts, also ich war einfach down. Und da warst du tatsächlich mein bester und engster Freund in der Zeit. Und das war echt krass und bis heute werde ich dir das nie vergessen natürlich, weil du jeden Tag angerufen hast. Du hast ja irgendwie aus dem Bauchgefühl mitgekriegt, irgendwas stimmt da nicht bei mir, oder? Also, oder wie kamst du überhaupt drauf so intensiv auch denn, weil wir haben normalerweise einmal im Monat was zu tun und schreiben uns und haben ein bisschen Austausch, aber das war ja schon krass, wie sehr du da warst und um den Satz kurz zu Ende zu sagen, ich glaube deswegen sind deine Freunde auch so teilt, weil du einfach so ein guter Freund bist und das möchte ich dir nochmal wirklich deutlich sagen. Danke sehr, das ist ja lieb. Ey, in der Zeit hast du so krass mir geholfen. Wirklich? Okay. Und ich habe letztens, also genau vor zwei, drei Wochen irgendwo auch wieder gehört, dass man wirkliche Freunde ja erst wirklich erkennt, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man die braucht. Und da warst du wirklich voll am Start und das finde ich, da möchte ich danke sagen. Woher, also warum hast du das, warum warst du da so? Also wie hast du das erkannt, dass es mir da nicht so gut ging, letzten November? Naja, die Frage ist ja eher, warum ich, also ich hoffe nicht, dass ich da der Einzige war, also die Frage ist ja eher, warum das kein anderer dann erkannt hat. Was ich aber nicht glaube. Also ich glaube schon, dass du bestimmt, dass ich bestimmt, dass ich bestimmt, dass ich der Einzige war, der dem aufgefallen ist, dass du letztes Jahr, wie du schon gesagt hast, da eine Episode hat, dass die bestimmt nicht so schön war. Aber absolut, ich meine, darum geht es ja auch irgendwie, wenn man sich vertraut und sich kennt und irgendwie feststellt, dass es dem nicht so gut geht, dann finde ich, ist es ja auch die Aufgabe des anderen, sich darum zu kümmern, weil genau, um was soll es denn sonst gehen in den Freundschaften? Also es geht immer nur um, wenn man immer nur die Highlights erlebt, dann ist es, das ist schön, aber sehr oberflächlich. Und ein Leben verläuft ja auch immer so. Also es geht ja nicht immer nur nach oben, es geht auch immer nach unten. irgendwie oder verläuft wellenförmig im Normalfall und man muss die Höhen genauso wie die Tiefen aushalten, zusammen vor allen Dingen und das macht ja auch gemeinsam stärker. Also es freut mich, wenn ich dir irgendwie helfen konnte, aber ich glaube, du hast dir am meisten natürlich selber geholfen und ich glaube nur, dass das einfach sehr auffällig war, dass du anders drauf war. Du bist ja sonst immer sehr optimistisch und sehr, sehr, sehr positiv. Ja, und du warst sehr ruhig letztes Jahr und dann hat man sich natürlich schon gefragt und wie gesagt, nicht nur ich, sondern auch andere haben sich dann gefragt, ob dann alles so okay ist bei dir und ich glaube gerade auch so in unseren Berufen, auch mit deinem, das ist halt auch manchmal nicht so einfach alles. Also man muss auch viel aushalten irgendwie. Man bekommt sehr viel dafür, aber es gibt natürlich auch immer schnell Momente, wo man vielleicht auch zweifelt, wo man einen auf den Deckel bekommt oder wo Dinge eben nicht so laufen, wie sich es vorgestellt hat, weil alles eben gar nicht so steuerungsfähig ist und man von ganz vielen Faktoren abhängig ist. Aber ich hoffe vor allen Dingen, dass es dir, und das ist schön, das habe ich das Gefühl, dass es dir besser geht und ich glaube, man kann auch aus allem immer lernen und ich hoffe, jetzt bin ich jetzt irgendwie auf das eingegangen, was du gesagt hast. Ich war jetzt gerade so ein bisschen überrascht von dem, was du mir da mitgeteilt hast. Es ist auf jeden Fall so, dass ich sehr dankbar bin über Freunde, die ich habe, wo ich auch weiß, auf die Akademie mich verlassen und die sind da für mich. Das ist, also es ist ja, es ist, wie du schon angesprochen hast, Paco, also die Zuschauer kennen jetzt alle nicht, aber zum Beispiel Bora ist auch ein ganz, den kennt vielleicht der ein oder andere Bora Daktikin, mit dem ich meine Filme gedreht habe, Fakir Goethe und türkische Anfänger und alles. Bora ist ja auch schon seit ganz langer Zeit einer meiner besten Freunde und der ist auch unfassbar wichtig und auf den kann ich auch einfach immer zählen und der ist auch in Momenten für mich da gewesen, in denen es mir zum Beispiel nicht richtig gut ging und ich glaube, sowas gibt man halt auch einfach, wenn man die Möglichkeit hat, auch weiter als hoffentlich guter Mensch, oder? Weißt du, du bist doch auch jemand, der immer Leuten hilft. Also du bist doch auch keiner, der allein durchs Leben geht und immer nur auf sich achtet. Ich versuche das, ja. Also wir nehmen gleich eine andere Drehung, aber trotzdem ist es ja doch auch echt faszinierend, dass du da irgendeine Art von Antennen für gehabt hast und natürlich sagst du, dass das jetzt so natürlich ist, aber irgendwie ist es ja ein Bauchgefühl, wo du was erkennst, was eben nicht alle erkannt haben, muss man schon auch so sagen. Also wenn du gerade gesagt hast, dass viele, also und am Ende hast du ja auch irgendwie, zumindest habe ich das so wahrgenommen, sehr früh erkannt, wo auch ein bisschen das Problem liegt, dass ich einfach Angst habe, also dass ich wirklich Angst habe um die Zukunft, um was mache ich jetzt? Also dass ich keinen Glauben und gerade ich, der 15 Jahre lang sich nie irgendwie Sorgen um die Zukunft gemacht hat, und auf einmal sowas passiert und du tatsächlich aktiv daran mitgearbeitet hast, diese Angst mitzunehmen. Und die ja auch jetzt, also ein Jahr später oder ein halbes Jahr später zu 100 Prozent, also keine Ahnung, jetzt sitze ich hier und sage, das war nie besser, als es jetzt gerade ist, mein Berufs- und Privatleben. Und du hast völlig recht gehabt, wie du auf mich eingegangen hast. Aber woran denkst du, liegt das? Also hast du daraus Schlüsse gezogen oder hast du daraus Dinge gelernt, die du nicht mehr wiederholen würdest? Oder woran liegt das? Ich habe, glaube ich, auch sehr darauf gehört, was du da gesagt hast. Und ich denke da auch wirklich bis heute immer wieder, also es ist echt, wenn so jemand wie du so mehrfach sagt, so Paul, du als Paul Ribke bist sehr, sehr, sehr viel wert. Du bist, IWC würde mit dir nicht arbeiten, wenn, also du hast ja immer wieder in den Vordergrund gestellt, dass ich als, als eigener Person dann doch auch was wert bin und nicht nur plus eins bin und nicht nur immer der Zwerg auf den Riesen von anderen. Das, das bin ich natürlich trotzdem nach wie vor irgendwie bei verschiedenen Projekten, weißt du, weil, weil ich bei der Formel 1 natürlich davon profitiere, dass Lewis Hamilton da neben mir steht oder sowas. Aber ich habe ein, glaube ich, gesünderes Verhältnis dazu bekommen, was ich so wert bin. Ich als eigener selber, also so ich als Paul. Und das, da hast du viel beigetragen, weil du mich da ja schon sehr gestützt hast und sehr gesagt hast, das ist mehr, als ich, glaube ich, denke oder als ich mir selbst zutraue. Und so eine Draufsicht von draußen, von jemandem, den ich sehr schätze und der ja auch eine Einschätzung, also du würdest ja jetzt nicht mir das sagen, nur damit es mir besser geht, sondern du sagst es mir, weil du glaubst, dass da eine Differenz zwischen Wahrnehmung und Realität wirklich ist. Ja, aber es ist ja immer so, man hat auch immer ein ganz anderes, man hat ja immer ein ganz anderes Selbstbild. Ja. Oder nicht immer, aber sagen wir es so, es ist ja sehr einfach, ein anderes Selbstbild zu haben, als wie man von außen gesehen wird. Und ich glaube, es ist aber generell einfach nie gut, wenn man sich so bewertet oder wenn man zu viel bewertet. Vielleicht, ja, hast du das mitgenommen? Oder warum, die Frage ist, warum geht es dir jetzt besser? Oder was hast du denn anders gemacht, dass es dir besser geht jetzt? Weil ich mehr Sachen mache, die ich wirklich machen will. Also so, ich habe das Gefühl, ich versuche Sachen und auch, weil es erfolgreich ist, also so stumpf, wie es ist, ich kann davon leben. Ich kann, wenn dein Plan aufgeht, ja, bist doch gut. Genau. Aber damit hast du doch einfach schon, finde ich, etwas sehr Wahres gesagt. Wenn man Dinge macht, die einem Spaß machen, dann kommt man meistens sehr weit damit. Viele Dinge beginnen ja auch erst nur mit dem Hobby oder so, aber wenn man die Möglichkeit hat, das dann zu dem Beruf zu machen oder zu etwas oder zu einem Projekt zu machen, dann transportiert man diesen Spaß, den man an der Sache hat ja auch. Und das sind meistens die Dinge, die dann auch anderen Leuten Spaß machen. Hundertprozentig. Wann kommst du denn mal zur Formel 1? Ich mache da ja so zwei, drei. Ich bin jetzt in Österreich zum Beispiel, in Spielberg bin ich, am Wochenende. Da war ich ja schon mal mit dir, aber es ist so laut. Wann meditieren wir zusammen? Andersrum. Nee, aber ach nee, ich stehe auch, ich stehe schon auch auf Lautstärke. Nee, aber du weißt, ich bin ja einfach überhaupt kein Sportfan. Das ist so traurig. Ich wünschte, ich hätte ein größeres Fäbel für Sport, aber du weißt ja, du kannst mich mit Fußball jagen, auch so Formel 1. Ich habe da einfach, irgendwas ist da schief gelaufen bei mir. Ich habe einfach kein Interesse daran. Das ist so, ich langweile mich zu Tode, wenn ich mir irgendwas angucke. Ich versuche es mal wieder. Also ich würde mir auch so ein Formel 1 Ding mal gerne angucken, mal wieder vielleicht, wenn es gutes Essen gibt. In Amerika vielleicht mal, in Miami. Das war tatsächlich hochinteressant. Ach stimmt, ich habe gehört, das ist jetzt eine neue Strecke oder so, ne? Genau, da war zum ersten Mal ein Rennen jetzt dieses Jahr. Ja. Gutes Essen, gutes Nightlife. Ja, sowas könnt ihr verbinden. Okay, das würde ich machen. Machen wir das zusammen. Vielleicht ist auch, es gibt an vier, also in Vegas gibt es nächstes Jahr noch ein Rennen. Ui, da war ich noch nie. Lohnt sich Las Vegas? Überhaupt nicht. Las Vegas ist quasi Dubai in Amerika. Ich finde es totaler Horror, also beides Horror. Also es ist einfach, ich finde es ganz, ganz schlimm. Klar kann man es sich einmal anschauen, aber es sind schon sehr viele Teppiche und sehr viel gescheiterte Existenzen, die rauchend versuchen, Millionenvermögen. Also es ist visuell schon so, dass ich da mir denke, das ist wirklich auch, also nicht besonders schön anzuschauen. Und es ist natürlich echt so, dass der Amerikaner tendiert ja, zumindest eine Gruppe Amerikaner dazu, einmal im Jahr so richtig loszulassen. Und dann gehen die alle nach Vegas und dann ist es so harter, so ein bisschen wie College-Partys, weißt du? Die trinken ja angeblich bis 21 gar keinen Alkohol und dann geht es richtig rund auf den Colleges da draußen. Und dieses Ungleichgewicht im Verhältnis zu Alkohol, das zeigt sich vor allem in Vegas, weil da halt immer so Achtergruppen, sowohl Männer als auch Frauen, aufeinandertreffen. Und das ist schon echt asozial, finde ich. Und also ich bin kein Fan von Vegas. Obwohl es da ja schon auch so ein High-End, da gibt es ein No-Boot, da gibt es ein Andress. Also es gibt verschiedene, wirkliche gute High-End-Restaurants, es gibt High-End-Hotels und gibt ja schon auch ein bisschen Entertainment, was man sich dann vielleicht mal angucken kann. Aber so die Cirque du Soleil oder Blue Man Group muss ich mir jetzt nicht anschauen. Und dementsprechend, und das ist schon der Hauptinhalt davon. Und ich glaube, die wissen auch noch nicht, also da wird ein Formel-1-Rennen stattfinden. Ich glaube bisher, die haben dann das so gebucht und haben gesagt, dann können wir mal zwei Stunden, sperren sie den Strip, die Hauptstraße, wo das stattfinden soll. Und ich glaube, da gibt es gerade, da diskutieren sie drüber, wie viel Zeit man denn braucht. Also man braucht eine Woche, wo niemand da drin steht. Also weißt du, da kann eine Woche lang niemand mehr irgendwas machen, wenn da ein Formel-1-Rennen ist, weil das ja schon sehr groß ist als Event. Und deswegen ist es in Miami auch nicht in der Innenstadt passiert, sondern ist in Miami zum NFL-Stadium auf dem Parkplatz dort verlegt worden. Dementsprechend ist, also ich glaube, Vegas wird auf jeden Fall interessant, wie das dann dort sich durchsetzt. Aber vielleicht auch New York, soll es auch eins geben. Also in den USA ist ja Drive to Survive, Netflix hat dazu geführt, dass ein unfassbarer Hype auf Formel-1 ist. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Also in den USA ist die Formel-1 gerade der größte Sport. Muss man sich mal vorstellen. Nicht existent vor fünf Jahren, jetzt absoluter Superhype. Das ist total crazy, wie schnell sich das dreht. Und wer ist gerade der krasseste Fahrer? Max Verstappen ist der schnellste. Lewis Hamilton ist der talentierteste, würde ich sagen. George Russell ist auch ganz gut. Und Daniel Ricciardo ist der lustigste. Okay. So, das ist meine Zusammenfassung der Formel. Aber ich würde ja auch, also ist mir völlig klar, dass Sport nicht dein großes Thema ist. Deswegen frage ich jetzt auch nicht nach guten. Aber was ja, also es ist ja schon so, dass du mir immer mal wieder Fernsehfilm Sachen schickst. Du schickst mir immer mal wieder Rapper. Gibt's was, was muss ich gerade mir, hab ich was verpasst? Gibt's was? Ich hab Yellowstone geschaut. Nee, es gibt so einen neuen Rapper, einen richtig krassen. Wie heißt der? Der wird echt, also der wird, glaube ich, alles, alles ficken. Sag, wie heißt der? Drake. Drake heißt der. D-R-A-K-E. Hat neues Album daraus. Wie findest du das Album? Hast du gehört? Ich find's gut. Ich feier das tierische Rapper. Ich find's auch krass, ne? Sticky, voll geil. Mega. Mega. Ich find das wirklich gut. Auch keine Musik hat das produziert aus Deutschland. Wirklich? Und Black Coffee und so. Ja, ja, volle Kanne. Es ist richtig, ich find's auch krass. Ich glaub, der hat echt mal wieder einfach den Zeitgeist begriffen. Ja gut, die ist am Rande. Also ich find's mega. TV-Serien. Ja, ey, The Boys. The Boys ist der Wahnsinn. Äh, genau. Nee, aber bevor, bevor wir, ey, und, und, Liquorice Pizza. Was? Ich hoffe, ihr habt's richtig ausgesprochen. Liquorice Pizza. Was ist das? Liquorice Pizza. Das ist ein Film, der, der Sohn von Philipp Siemer Hoffmann spielt die Hauptrolle und die Sängerin von Heim, wer die Band kennt, H-A-I-M. Die drei Mädels, die drei Schwestern, die so eine ziemlich geile Indie-Rock-Band haben. Der Film ist unfassbar. Also wirklich kann ich jedem ans Herz legen. Liquorice Pizza. Liquorice Pizza, ja. Ist ein bisschen arthausig, aber, also, unfassbar. Äh, und TV-Serien, ähm, The Boys. Also ich find grad The Boys. Was ist The Boys? Kennst du's nicht? Noch nie gehört. Jetzt hör auf. Nein, überhaupt nicht. Oh mein Gott. Null. The Boys, das ist, geht, ist eine Serie über Superhelden. Und ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein Marvel-Fan und so gar nicht dieses, dieses ganze Superhelden-Ding, Cartoons, ist gar nicht so mein Ding. Das ist krass. Da geht's wirklich, geht um, ähm, um Superhelden in, in der Jetzt-Zeit, die alle wirklich so Fähigkeiten haben. Der eine kann fliegen, der andere kann irgendwie mit seinen Augen, äh, hat, er hat Laser-Augen und kann alle in fünf Teile, äh, in fünf Teile zerfetzen. Der andere ist der schnellste Mann der Welt, ähm, der andere kann unsichtbar werden oder, äh, äh, sich schrumpfen und so. Und die sind Superhelden in unserer Zeit, also die, die, die werden gefeiert wie Megastars und, äh, haben eigene Shows, haben eigenes Merchandise, ähm, jeder hat einen eigenen Fanclub und so auf der ganzen Welt, haben eigene TV-Serien und werden geführt von so einem Superhelden-Konzern, der die ganzen Superhelden rausbringt, vermarktet und das Ding ist, dass alle Arschlöcher sind. Also jeder Einzelne ist richtig fies. Und die verkaufen sich nach Ausnahme wie Superhelden und als ob sie die Welt retten würden, das tun sie auch, also die, die, die greifen ein, wenn's irgendwie Bankräume gibt oder wenn jemand entführt wird und so, aber sie sind die, die miesesten, die miesesten Charaktere in Wirklichkeit. Und, äh, und dann, da gibt's dann so eine Art Machtkampf und ich, ich will nicht zu viel verraten, ich kann nur jedem empfehlen, guckt euch The Boys an, das ist wirklich eine der besten Serien, die ich sehr lange gesehen hab. Sensationell, The Boys. Ach ja, und Yellowstone, Yellowstone ist auch gut mit Kevin Costner, wer so auf so Western steht, ich liebe Western. Das ist genial. Super, hast du gesehen, Yellowstone? Ja, ich schau's gerade, ich bin in Staffel 4 und ich find's vor allem, also ich schau's mir immer auf der Leinwand zu Hause an, ich hab doch diese eine Leinwand dahin mit einem Projektor, so nah geht's an Kino für mich und find's vor allem cineastisch. Also so, es ist Wahnsinn. Es ist unfassbar, dass ich jetzt sowohl reiten lernen will, als auch nach Montana will, als ich will auch so einer sein. Ich will, es triggert einfach nur, ich will auch und natürlich voll geil, wie quasi die amerikanische Geschichte, auch der Umgang, also es ist total abgefahren, wie das da aufgearbeitet wird und wie aktuelle neue Konflikte, auch von Geld über Investoren, über Silicon Valley und wie das halt, dass es in der jetzt, also ein Western, der jetzt spielt, find ich total abgefahren. Ist ein bisschen brutal, Sopranos meets Western auf eine Art, voll, voll, voll geil, Yellowstone war ich riesen Fan und hab eigentlich nichts anderes die letzten drei Monate geguckt oder sowas und find's tatsächlich mega geil. Succession fand ich auch geil, als New York-Fan grundlegend, war auch was, was ich sehr gerne geschaut hab und ansonsten hab ich noch, ich hab ja auch schon so, das weißt du ja leider auch, meine Guilty Pleasure da, also so, dass ich, ich tendiere ja schon dazu, wenn ich in Deutschland bin zum Beispiel, einfach mal, ja, Bands Baracken, weißt du, Harz aber herzlich oder Frauentausch oder sowas, das schaue ich schon ganz gerne, nicht besonders lang, aber mal kurz, finde ich das immer sehr unterhaltsam, dieses ganz trashig stumpfe. Und da hab ich was entdeckt auf Netflix, wo ich zumindest mal mit dir drüber sprechen wollte, irgendwann mal, das können wir aber dann beim Besuch machen, wo das total faszinierend, ich kann's nicht richtig in Worte fassen, aber das ist quasi eine Teenie-Komödie, die, nicht eine, ein Drama. Es ist wie so ein Highschool-Drama, wo halt ein Football-Spieler, der schwarz ist, kommt in Beverly Hills an und wird dann dort und sind ganz viele Verquickungen. Und die Storyline ist aber so abgekürzt, dass einfach immer nur Information ist. Also es ist so, es ist überhaupt gar keine Frage mehr, sondern es ist immer nur die Antwort. Also es ist so ganz, ganz stumpf vom Drehbuch. Das Drehbuch ist, er küsst eine andere, als nächstes ist die Frau sauer und trennt sich. Und dann wird, also es ist so immer eine absolute maximale Verkürzung der Geschichte. Also es entsteht, es ist, man... Aber von was redest du jetzt? Gar keinen, von der Show, die ich schaue, All-American heißt die. Horror, All-American, absoluter Horror. Boah, ich fand es nur so faszinierend, weil ich irgendwie so aus Film-TV-Sicht mir überlegt habe, das ist eine Antwort darauf, dass vielleicht auch eine neue Generation gar nicht mehr bereit ist, 90 Minuten sich über längere Zeit mit verschiedenen Storylines und Charakteren auseinanderzusetzen, sondern es ist so eine TikTok-Version von einer Fernsehserie und ist ultra erfolgreich in Amerika. Also so Kids gucken das alles. Und also Outer Banks war ja ähnlich so. Also ich weiß nicht, ob du Outer Banks mal kurz geguckt hast. Das ist quasi eine absolute Verkürzung von allen Sachen und es ist total absurd, wie schnell es geht und wie doll das anders ist. Aber also es ist halt so ein Phänomen, was mich zumindest beschäftigt hat. Du müsstest dir den Schrott aber reinziehen, damit wir mal drüber reden können. Das möchte ich dir nicht zumuten, weil es wirklich unterirdisch ist. Ja, ich bin ja eh, ich verstehe das ja, ich bin ja auch mit TikTok, ich steige da, bin ja schon ausgestiegen. Also ich bin ja nur noch auf Facebook schon lange nicht mehr, beziehungsweise ich habe die Seite da, aber ich glaube das letzte Mal habe ich mich vor einem Jahr auf Facebook eingeloggt oder so. Instagram habe ich, aber TikTok ist für mich jetzt auch schon, also da bin ich raus. Bist du auf TikTok? Ne, verstehe ich auch nicht und ist auch nicht meins und ist auch nicht, also ich konsumiere es nicht, deswegen habe ich dann da, ich habe glaube ich einen Account, aber ich weiß nicht, was passiert. Also deswegen, mir sagt das alles nichts, aber ich… Okay Boomer, da sind wir angekommen. Achso, wir sind Boomer generell. Boomer sagt man ja zu uns, wenn wir darüber reden, wie das dann da ist. Wir sind ja 40 jetzt beide, da müssen wir ja auch mal nicht mehr verstehen können, was das meiste. Ja, come on, also wenn du mit 40 noch TikTok machst, Alter, dann hast du ja wirklich deinen Stolz verloren, oder? Ehrenlos, ehrenlos, Bruder. Ehrenlos, oder habe ich eine falsche Vorstellung von TikTok, also da tanzt man doch die ganze Zeit und so, oder? Und macht so komische Videos. Ja, es gibt schon sehr lustige Sachen, also Humor ist da ganz gut, es gibt so drei, vier, also es gibt Skyline TV zum Beispiel, Adam, der macht sehr lustige Sachen, weil der so einen trockenen, guten Humor hat, es gibt drei, vier Leute, die irgendwie ganz lustig sind, aber per se ist das kein Medium für uns, sagen wir es mal so. Per se sparen wir uns das. Aber vielen, vielen Dank, dass du hier dran gegangen bist, vielen Dank, dass du mir Updates gegeben hast, vielen Dank für die Tipps, werde ich mir anschauen und viel, viel, viel Erfolg bei Liebesdings, was ab 7. Juli in allen Kinos Deutschland ist und ich drücke die Daumen, dass es ein großer Erfolg wird und werde reingehen und dir dann berichten, wie ich es denn fand, aber ich bin mir, also wie es klingt, ist mega, muss ich sagen. Also es klingt so, als ob es wirklich eine sehr gute Abendbeschäftigung ist, da ins Kino zu gehen. Kann man auch tagsüber gucken, aber vielen Dank dir, Paul, und genau, dir auch für Erfolg, viel Spaß im Pforzheim und dann sehen wir uns, da hören wir uns in einem Jahr wieder, heute in einem Jahr. Ja? Heute in einem Jahr treffen wir uns wieder und ich melde mich, wenn ich in München bin und dann gehen wir essen. Alles klar, bis dann. Danke, mein Lieber, viel Spaß im Kino. Tschüss. Tschüss. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor und hat zwei, drei Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt. Die gibt es bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist, jede Woche, dienstags, neu in deinem Podcast-Player.